Wir erklären, wie man heute richtig spart. Das ist Lars. Seit Jahren zahlt er sein Erspartes auf ein Sparbuch ein. Dort ist sein Geld sicher und die Zinsen lohnen sich. Oder? Leider nicht. Denn aktuell bekommt Lars fast gar keine Zinsen. So hat er sich das Sparen nicht vorgestellt. Zum Glück weiß Lars Freundin Maike Rath. Ihr ist klar, sie spart heute mit einem Wertpapiersparplan. Für ihr Depot kauft sie regelmäßig für einen festen Anlagebetrag Wertpapiere zu unterschiedlichen Kursen. So kann sie von niedrigeren Kursen profitieren, indem sie mehr Anteile kauft. Gleichzeitig hat sie die Chance auf deutlich höhere Renditen als mit dem Sparbuch. Und sie hat die volle Kontrolle, denn sie kann jederzeit kaufen oder verkaufen. Das gefällt Lars, aber er ist skeptisch. Könnte er mit Wertpapieren sein Geld nicht auch verlieren? Keine Sorge, beruhigt ihn Maike. Das Risiko seiner Anlagen kann Lars selbst bestimmen. Denn das Wertpapiersparen ermöglicht ihm größtmögliche Flexibilität in der Anlage seines Geldes. Über die Wahl seines Anlageproduktes kann er das Verhältnis von Rendite und Sicherheit selbst festlegen. Und er kann jederzeit mehr einzahlen, wenn es gerade gut läuft, um mehr zu bekommen. Die Commerzbank unterstützt ihn dabei gern. Lars ist begeistert. Das Wertpapiersparen lohnt sich und lässt sich so einfach handhaben wie das Sparbuch. Und das schon ab 25 Euro. So spart man heute. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.